Herzlich willkommen bei Urknall Weltall und das Leben. Zuletzt haben wir in unserer Reihe von Aristoteles zur Stringtheorie diese erste große Theorie mal gepackt, die spezielle Relativitätstheorie. Und da war richtig im Anschluss richtig was los in unserem Forum und unter den Videos in den Kommentaren. Und da dachte ich mir, bevor wir jetzt mit der allgemeinen Relativitätstheorie weitermachen, da sind wir gut beraten, diese Fragen erstmal abzuarbeiten, weil wir ganz ähnliche Argumentationen dann weiterverwenden werden und da sollten wir jetzt erstmal eine breite Basis schaffen. Vielleicht wird sich das sogar bewähren und ich könnte mir vorstellen, dass wir grundsätzlich immer nach einer großen Theorie, also nach der allgemeinen Relativitätstheorie, nach der Quantenmechanik, nach der Quantenfeldtheorie und so weiter dann jeweils so einen Beitrag einflechten, in dem speziell all diese aufgelaufenen Fragen nochmal sauber abgearbeitet werden. Aber jetzt will ich gar nicht lange eine Einleitung halten. Ich würde sagen, jetzt springen wir mal rein in diese ersten Kommentare. Beginnen möchte ich mit dem Vorenteilnehmer Borthofer, übrigens einer der allerersten Stunde. Und er hat auch hier wieder eine sehr interessante Frage aufgeworfen. Energie entspricht Masse? Okay. Ist das dann am Ende alles Bewegung? Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte, weil auf den ersten Blick wirkt es natürlich so, als würden diese Bestandteile, aus denen so ein Atomkern besteht, bestimmt von der Bewegung dieser Gluonen. Nur, man muss aufpassen, dass alle, immer alle Energieformen beitragen. Nicht nur die Bewegungsenergie, auch wenn sich dann Wärme und solche Detail wieder über Bewegung hinzufügen lassen, gibt es trotzdem klare Anteile, wie zum Beispiel die Kräfte zwischen Ladungen, elektromagnetische Kräfte. Da wird auch eine Arbeit verrichtet. Das sind Energiebeiträge. Wir werden auch noch weitere Ladungen kennenlernen, wenn wir uns mal genau beschäftigen mit dem Standardmodell und der Frage, wie funktionieren denn diese Dinge wirklich hier auf der Ebene, auf der allerkleinsten Ebene. Da werden wir von Farbladungen hören. Auch hier sind einfach zusätzliche Kräfte im Spiel. Da wird immer eine Arbeit geleistet und dann kommen Energiebeiträge. Und die muss man natürlich mit berücksichtigen. Also die Antwort ist nein. Es ist letztendlich nicht nur Bewegung. Bewegung trägt wesentlich bei, aber eben nicht den Gesamtanteil. Unique hat geschrieben, ja, wenn man jetzt Masse auch relativistisch betrachten muss, wenn man auch hier dieser Gamma-Faktor zuschlägt und der wiederum von der Relativgeschwindigkeit verschiedener Bezugssysteme abhängt, dann müsste sich doch unsere Masse laufend ändern, je nachdem, welches Bezugssystem wir hier gerade betrachten. Und das ist die große Krux. Das ist ein Problem, das immer wieder auftritt bei diesen Geschichten mit dem Bezugssystem. Egal von wem ich betrachtet werde, in meinem System vergeht immer erst mal meine Eigenzeit, meine Längen sind, da ist alles gut, meine Masse ist immer konstant. In meinem lokalen Bezugssystem ist immer erst mal alles gut und bleibt so, wie es ist. Pezold F hat geschrieben, ja, wenn jetzt diese Photonen, klar, sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und deshalb natürlich von Ihnen aus betrachtet, das Universum hier nur so groß ist wie ein Punkt, weil alle Längen maximal kontrahiert sind und die Zeit jetzt hier nicht vergeht, kann dann so ein Photon jeden Punkt im Universum gleichzeitig oder beliebig schnell erreichen. Das ist eigentlich sehr ähnlich wie die Frage vorher. Es ist immer die Frage des Bezugssystems. Okay, die Photonen, die nehmen eine Sonderrolle ein insofern, dass aus jedem beliebigen Bezugssystem heraus ihre Relativgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit ist. Das ist ja gerade diese Krux, dass sie zur Lichtgeschwindigkeit nichts mehr hinzufügen und von ihr nichts mehr abziehen können. Also Photonen bewegen sich in jedem System mit Lichtgeschwindigkeit. Also relativ von uns aus betrachtet bewegen sich die Photonen jetzt natürlich auch mit Lichtgeschwindigkeit und dadurch ist für uns der Eindruck, dass für die Photonen die Zeit nicht vergeht. Für das Photon selber sieht es jetzt wiederum so aus, als wären alle Längen maximal kontrahiert, als wäre das Universum also nur so groß wie ein Punkt. Da ist es jetzt auch schwer darüber zu reden, wie könnte dann in so einem Punkt die Zeit vergehen. Im Prinzip würde für das Photon selber in seinem eigenen System immer noch die Eigenzeit vergehen. Nur eines ist klar, weil das Universum jetzt für das Photon so groß wie ein Punkt erscheint, heißt es noch lange nicht, dass das Photon deshalb in einem beliebig großen Universum überall beliebig schnell sein kann. Also es ist immer nur diese Betrachtung von einem Bezugssystem aus, erscheinen gewisse Dinge zu einem Inertialsystem, das sich also gleichförmig und geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit dazu bewegt, verändert. Nicht die Realität in sich ist verändert, sodass jetzt ein Photon plötzlich überall gleichzeitig sein könnte. Wirklich wild wurde dann die Diskussion zu den Myonen. Also da sind jetzt aufgeworfen wurde das von Zero und dann gab es eine hitzige Diskussion mit allen, die hier üblicherweise den üblichen Verdächtigen, wenn man so schön sagt. Also waren dann Rob und Reisender und Marylix und Michael D. und Lulu und... Also es gab eine hitzige Diskussion. Entzünden hat sich das Ganze an einem Symmetriegedanken. Und zwar war die Argumentation die, diese Myonen, die leben nur sehr, sehr kurz. Okay, ich bin jetzt der Beobachter auf der Erdoberfläche und ich weiß aus meinen Laborwerten, die leben nur sehr, sehr kurze Zeit und die Entfernung zu ihnen durch die Atmosphäre, das sind aber jetzt 10 Kilometer. Die könnten die nie und nimmer zurücklegen. Aufgrund ihrer kurzen Lebensdauer kommen sie nur, sagen wir, 660 Meter weit. So weit, so gut. Aus meiner Sicht, wie gesagt, auf der Erdoberfläche, erkläre ich mir die Tatsache, dass die Myonen es trotzdem bis zu mir schaffen durch diese 10 Kilometer Atmosphäre, weil sie sich so schnell bewegen, dicht an der Lichtgeschwindigkeit, dass dort in dem System des Myons die Zeit so langsam vergeht, dass es mit dem Zerfall so lange dauert, dass das Myon trotzdem in dieser für mich sehr kurzen Zeitspanne diese 10 Kilometer zurücklegen kann. Also ich erkläre es mir über diese Zeitdilatation. Und dann war die Argumentation so, ja, das müsste ja symmetrisch sein, weil wenn das Myon jetzt mich hier auf der Erdoberfläche betrachtet, mitsamt dem Planeten und mitsamt der Atmosphäre, dann bewegen wir uns ja jetzt aus Sicht des Myons auf das Myon zu und dann müsste ja bei uns entsprechend die Zeitdilatation greifen. Ja, nur das hilft dem Myon nichts. Weil in dem Eigensystem des Myons würde die Zeit genauso vergehen, wie das Myon das gewöhnt ist und nach dieser unglaublich kurzen Zerfallsdauer wäre das Myon zu fallen. Egal wie schnell oder langsam die Zeit jetzt auf dem Planeten vergeht oder sonst wo. Das ist die Krux. Deshalb braucht es für die Erklärung aus Sicht des Myons die Tatsache, dass natürlich sich sehr wohl der Beobachter der Planeten mitsamt der Atmosphäre auf das Myon zubewegt und deshalb die Länge der Atmosphäre verkürzt erscheint. Deshalb hat das Myon überhaupt kein Problem, die Erdoberfläche zu erreichen, weil es sagt, es sind ja nur 660 Meter, die komme ich ja normalerweise. Dass natürlich hier eine Symmetrie gegeben ist und wir auch sagen könnten als Beobachter auf der Erdoberfläche, ja, auch das Myon müsste doch dann verkürzt sein. Das ist schon klar. Es bewegt sich ja relativ zu uns mit hoher Geschwindigkeit, aber was hilft es, wenn so ein winziges Teilchen, womöglich punktförmig, hier nochmal Längen kontrahiert wird. Und deshalb schafft es keinen Meter mehr oder weniger. Es geht ja um die Tatsache, wieso kommen die durch die Atmosphäre zu uns? Ich weiß, das ist tricky mit diesen unterschiedlichen Perspektiven. Aber das A und O im Verständnis der speziellen Relativitätstheorie, ist es immer, sich klar zu machen, wo bin ich, in welchem System. Bei mir vergeht erstmal die Zeit, so wie sie vergehen soll. Hier sind alle Längen gut, hier ist alles in Ordnung. Denselben Eindruck hat auch das Myon in seinem System. Und nur wenn wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln uns relativ betrachten, dann haben wir unterschiedliche Einschätzungen. Und das, das hat sich hier mächtig entzunden. Und ich hoffe, ich kann ein bisschen zur Auflösung beitragen. Schauen wir mal auf den YouTube-Kanal und in die Kommentare. Da hat beispielsweise John Black geschrieben, ja, das mit dieser Lichtgeschwindigkeit als schnellstmögliche Informationsübertragung, das möchte ich bezweifeln. Ich hätte da ein Gedankenexperiment. Wir spannen eine Kette, sagen wir mal sowas wie eine Fahrradkette, um den nächsten Stern und wieder zurück zu uns. Und dann, wenn wir jetzt irgendein Signal senden wollen, an irgendwelche Bewohner auf einem Planeten, auf Proxima B oder irgendwie sowas, dann bräuchte ich doch nur hier in die Pedale greifen mit meiner Fahrradkette, dann würde sich hier irgendwas bewegen und dann wüssten die, ist natürlich vorher ausgemacht, wenn sich das bewegt, dann heißt das Information A. Vorsicht! Vorsicht! Wir sind es natürlich in unserer Welt gewöhnt, dass wenn wir in ein, in die Pedale eines Fahrrads hier Kraft ausüben, dass dann instantan für unsere Verhältnisse, instantan sich da eine Wirkung zeigt. Tatsächlich ist aber auch so eine Kette natürlich aus Atomen aufgebaut und die Atome unterliegen wieder einer gewissen Bindung zueinander. Und diese Kräfte und diese Information, hier zieht einer, hier musst du nachrücken als Atom und sonst irgendwas, die werden eben auch auf dieser Ebene wieder nur maximal mit, oder mit Lichtgeschwindigkeit eben übertragen. Das heißt, es ist halt nicht so, dass Sie, wenn Sie hier bei sich in das Pedal gehen, dass dann sofort wieder ein Glied der Kette hier bei Proxima B sich bewegt. Also Sie können das leider nicht überlisten. Also das ist, es hat ein bisschen was von hätte, hätte, Fahrradkette. Aber Sie wissen, was ich meine. Harisimer schreibt, okay, Uhren, die sich relativ zu mir bewegen, gehen langsamer, aber woher weiß jetzt die Uhr, dass sie bewegt wird? Das ist wieder sehr ähnlich wie das, was wir schon hatten. Für die Uhr selber in ihrem Bezugssystem vergeht wiederum die Eigenzeit. Das heißt, die braucht sich nicht darum zu kümmern, dass aus anderen Bezugssystemen heraus es so erscheint, als würde ihre Zeit verlangsamt gegenüber der Zeit in diesen anderen Bezugssystemen vergehen. Das war die Geschichte mit der Relativität. Bei mir in meinen Bezugssystemen vergeht die Zeit erstmal immer gleich. Und da muss ich mich auch nicht darum kümmern, ob ich zu anderen Systemen irgendwie besonders schnell bewegt bin. Carfotro hat gefragt, naja, im Film Interstellar, da fliegen noch Astronauten jetzt irgendwie weg und dann sind die viel älter, wenn die irgendwie zurückkommen und so, was ist da los? Vorsicht! Vorsicht! Bisher haben wir über die Effekte der speziellen Relativitätstheorie gesprochen. Hier in diesem Film ist die Rede davon, dass jemand zu einem schwarzen Loch fliegt, das heißt, zu einem Objekt, das besonders hohes Gravitationspotenzial aufweist. Hier greift die allgemeine Relativitätstheorie, zu der kommen wir noch ganz ausführlich. Ich habe jetzt schon sechs Videos dazu erstellt. Und ähnliche Fragen in dieser Art, da kam eine ganze Reihe. Also bitte nicht durcheinanderwerfen. Spezielle Relativitätstheorie, da sind die Massen erstmal außen vor, da reden wir nicht von Gravitationspotenzial, da reden wir von relativen Geschwindigkeiten. Strong Hypercharge, interessanter Name, schreibt, Also Masse ist doch aus seiner Sicht grundsätzlich mal entweder Ruhemasse, dann wird sie vom Higgs-Feld vermittelt, oder irgendwas bewegt sich, dann kann man darüber reden, dass hier spezielle Relativitätstheorie greift und der Gamma-Faktor zuschlägt. Aber Ruhemasse wäre ganz klar vom Higgs-Feld vermittelt. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Also das ist etwas, was mir ganz häufig begegnet. Und das wird auch schlecht in der Literatur überall, da gibt es unzählige Beispiele dafür. Auch bei der Entdeckung des Higgs-Teilchens wurde immer gesagt, so, jetzt haben wir das Teilchen, das die Masse vermittelt. Ja, Elementarteilchen, also Teilchen, die aus nichts anderem mehr zusammengesetzt sind, die erhalten den vollen Umfang ihrer Ruhemasse vom Higgs-Feld. Nur alles andere, was aus solchen Elementarteilchen zusammengebaut ist, das hat natürlich eine Energie über diesen Umfang hinaus, nämlich die Bindungsenergie, nämlich diese Kräfte, die hier wirken, leisten Arbeit, das entspricht einer Energie. Und die Bewegung innerhalb dieses zusammengesetzten Gebildes, das trägt alles bei, jede Energieform trägt hier bei, sodass dieses Proton, das ich hier in meiner Hand hätte, diese 938 MiV durch c² eben tatsächlich nicht vom Higgs-Feld bekommt, sondern nur der geringe Anteil seiner Elementarteilchen und deren Ruhemassen, die kommen vom Higgs-Feld. Wir werden es ganz sauber auseinander dividieren, wenn wir so weit sind und uns speziell um die Higgs-Theorie kümmern werden in der Reihe von Aristoteles zur String-Theorie. Dann hatten wir noch Arthur Hellmann und der hat geschrieben, Hallo Herr Gassner, Sie bringen mich mittlerweile dazu, dass ich nachts um 3.40 Uhr nach einem Abend mit Freunden noch auf YouTube schaue. Und es wird aber jetzt doch immer irgendwie schwieriger, weil wir an den Rand der Erkenntnis gelangen. Also ich habe das deshalb herausgegriffen, weil ich nehme mal an, dass jemand, der nachts um 3.40 Uhr nach einem Abend mit Freunden nach Hause kommt, dass es sich hier um einen jungen Zuseher handelt. Und das finde ich erfreulich, dass wir generell ganz viele junge Leute auch begeistern hier für Naturwissenschaft. Das finde ich grandios. Ich merke es auch auf den Live Vorträgen. Da sind immer mehr junge Leute jetzt, die hier wirklich starkes Interesse an Naturwissenschaft haben, die die Dinge verstehen wollen. Das ist für mich persönlich das größte Geschenk im Zusammenhang mit diesem Kanal überhaupt. Weil wir natürlich eine Reihe von offenen Fragen hinterlassen, das ist normal, an die nächste Generation übergeben. Naturwissenschaft hat viel von so einem Staffellauf. Sie nehmen das Staffelholz, tragen so ein Stück und dann geben sie an den Nächsten weiter. Und darum ist es wichtig, dass sich die jungen Menschen Gedanken machen und versuchen, diese Theorien kennen zu lernen und verstehen zu lernen. Also ich appelliere nochmal an dieser Stelle, bleiben sie dran, das ist eine tolle Sache, Naturwissenschaft zu betreiben und es gibt genügend Probleme auf dieser Welt, die nach Lösungen suchen. Eine Lösung kann ich noch anbieten und zwar wurde hier gefragt von Stoney Car Hallo Herr Gassner können Sie mal spaßeshalber beim nächsten Video am Anfang kurz eine Brille aufsetzen Okay Am Anfang habe ich es nicht geschafft aber soll keiner sagen dass ich hier nichts unversucht lasse Es soll mich distinguierter wirken lassen Und hilft es Kellerkind Zuhause hat angemerkt Zeitreisen ist so ganz entspannt findet für mich zweimal im Jahr statt und zwar immer bei der Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit und umgekehrt Da muss ich sagen bitte schauen Sie sich das Video noch mal ausführlich an zur speziellen Relativitätstheorie ich glaube da ist noch nicht die gesamte Information angekommen Und ein Anliegen hätte ich noch in eigener Sache wenn ich das kurz anfügen darf Es ist ja schon eine kleine Tradition mittlerweile dass wir auf unserer Webseite die Möglichkeit anbieten signierte Exemplare unseres Buches zum Kanal zu erwerben und da kann man auch individuelle Widmungstexte angeben ich möchte Sie noch bitten vor Weihnachten nicht auf den letzten Tag zu warten ich erzähle Ihnen nur mal kurz wie das letztes Jahr gelaufen ist ich bin wenige Tage vor Heiligabend noch mal zum Verlag gefahren habe dort die haben mir dann einfach einen Tisch hingestellt und einen Stuhl und dann packen Bücher und habe hier nochmal signiert bin mit den Büchern zu Harry gefahren der hat signiert wir haben sofort noch mit schnellstmöglich Post losgeschickt weil die Leute einfach drauf gewartet haben und dachten wenn ich hier drei Tage vorher einfach nochmal bestelle dann wird das schon kommen also bitte berücksichtigen sie das wir machen das total gerne ich finde es toll bin um jeden froh der dieses Buch liest weil wir so viel Herzblut reingesteckt haben aber wirklich vor Heilig Abend wäre es gut wenn sie den Postweg ein bisschen großzügiger einplanen und bei den Widmungen es uns nicht schwerer machen als es sein muss was meine ich damit da hat letztes Jahr jemand als Widmungstext vorgeschlagen mit meiner Unterschrift bestätige ich dass die Amerikaner nicht auf dem Mond waren und Harry hat sich geweigert zu unterschreiben also ich bitte Sie seien Sie nachsichtig bei der Wahl Ihrer Widmung Dankeschön H H H H H